so ja leute habe ich ja schon mal im video erklärt wie krieg ich die demnächst runter und hier ein ausrangierter hundewagen von der tierärztin gesagt den braucht sie nicht mehr und rucki zucki waren die da drin die drei künstler und jetzt können wir sie schön runterfahren zum auslaufgehege da kommt noch der kleine rolf Lucy Teufel Lucy Lucy Teufel Oh ja 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 bende ban de ban的 Na du Luda! Schuh ist mir gleich am Arsch! Hey gut, die Leder hat ein Schuh! Der war nicht nass, der ist jetzt nass! Lucy! Alter, was geht's? Lucy! Ich wollte meine Handschuhe haben! Ach, nochmal hier! Das ist die Mara! Mara! Hey, Schatz! Hey, 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 hey! Lucy, der Schrecken! Schreck, wie alt sind die? Wir sind jetzt beide vier Jahre alt! Vier Jahre alt! Vier Jahre alt! Vier Jahre alt! Ne? Wir sind beide geboren im August 2000 und kann auch September sein! Ich weiß nicht, ob die normale Stimme lebt! Ja, ja, genau, ich schätze meistens nur! Mara! 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 Mara!